Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1470 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017